Wenn ich jetzt noch mal tanken muss, habe ich schwanker. Da! Und Handbremse! Oh shit! Das Spiel ist kaputt! Schon seit mehr als 20 Jahren organisiert ein Geheimbund illegale Rennen durch Deutschland. Dieser Geheimbund mit dem Namen Autobahnraser wird seit dem ersten Rennen von der Polizei auf Schritt und Tritt überwacht. Jedes Jahr versucht sie die Raser aufzuhalten. Ohne jeglichen Erfolg. 3, 2, 1, los! Shit! Autobahn, shit, shit! Fuck no, shit, shit! Oh no, man, man! Oh, shit! Shit! Oh no, man! Oh no, man! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Eine Explosion! Oh no! Oh no! Okay! Spiel auf! Spiel auf! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Take it back to 1928! Okay, das Spiel ist von, keine Ahnung, vor wahrscheinlich jeglicher Zeit. Ja, jeglicher Zeit. Und wir kaufen uns ein Lamborghini. Das klappt noch nicht. Wir müssen jetzt alles andere freispielen. Wir kaufen uns ein Opel Astro. Die Rechte an Opel haben sie schon mal gekauft. Das ist schon mal gut. Und 193 km. Kilometer Sekunde. Shit! 25.000 Dollar. Bist du sicher, dass du dein Auto für ein Opel in Zahlung geben möchtest? Das ist ein Wiederverkauf. Oh, da können wir uns doch direkt so... Check! Egal, wir kaufen uns direkt den Opel... Mopel... Okay. Wir können... Wir können auch direkt in den 6-Gang-Getriebe rein klatschen. 6-Gang-Getriebe. Okay, wir sind bereit. Die Steuerung. Wie spielen wir? Doch, wie... Geht das mit Controller? Shit! Geht mit. Wir spielen mit... Einrichten. Links. Shit. Schon verkackt. Rechts. Gas. Bremse. Turbo. Handbremse. Und nochmal. Handbremse. Links. Rechts. Gas. Bremse. Turbo ist dann... Hier? Nein, will er nicht. Turbo ist hier und Handbremse ist da. Oh, shit. Komm, wir spielen auf... Oh, mein Gott. 640 Mal. Oh, ho, ho, shit. 3D-Karte. Okay. Scheißegal. Los geht's. Berlin. Oh, mein Gott. Crash-Error. Shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Crash-Error. Oh, mein Gott. Crash-Error. Tlikititit. Zwei. Eins. Shit-Beschleunigung. Wir fahren durch Berlin. Oh, shit. Shit. Turbo. Oh, wir wurden geblitzt. Strafzettel. Oh, mein Gott. Shit! We're killing you! Was für eine grandiose Grafik Need for Speed 2018 ist raus! Shit! Oh mein Gott! Handbremse! Shit! Das nenne ich mal Grafik! Oh mein Gott! 155 Strafzettel 900... Polizei! Du wirst mich niemals kriegen! Oh mein Gott! Shit! Der hat mich... Wir tanken haben ja auch nicht mehr viel! Müssen wir tanken? Wir haben nur noch 745... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Bullen sind... Shit! Auf der anderen Straßenseite! Wann kriegen die mich nicht? Ich bin... Ich bin ein Raudi! Ich bin ein echter Raudi! Weißt du? Ich bin Gras gegen Gesetz! Unser Tag ist bald leer! Oh mein Gott! Wir müssen... Shit! Wir müssen... Wir müssen... Da vorne ist ne Tankstelle! Tanken! Zieh einfach quer rüber! Oh shit! Was ist passiert? Wurden wir verhaftet? Null Schaden! Okay! Wir fahren... Nochmal! Shit! Drei! Zwei! Eins! Ich... Ich... Oh mein Gott!! 1098! Ich muss... D D D D D D D D D BAH! Oh shit! Ohhhh! Nimm hier! Oh my god! Was ist das? Die allein die Staubpartikel, die... Oh shit! Ohhhh! Shit! Lenkung! Lenkung! Ich krieg euch! Wir sind so ein Rowdy! Erster! Wir sind einfach zu gut! Also BAD! He he he! Ohhhh! Das war's! Shit! Kuhlzeit! Andere Seite waren vorbei! Ohhhh! Ohhhh! Die haben es trotzdem gesehen! Lass dich nicht kriegen, mein Freund! Lass dich nicht kurz! Du bist... Du bist... Du bist zu schnell! Nein, du bist nicht zu schnell! Du bist noch zu langsam! Ohne zu bremsen! Wir sind 177 durch Berlin! Oh mein Gott! Shit! Mit... Ohhhh! Gleich haben wir 180 auf... Oh shit! Mit 180 durch Berlin! Wir sind die schnellsten! 1903! Mit der Kutsche! Oh mein! Oh mein! Aaaaaah! Wir müssen... Wir müssen schon wieder tanken! Okay! Press einfach voll durch! Shit! Es hat nichts gebracht. Oh, Strafzettel. Oh, mein Gott. Komm, wieso noch ins Ziel? Vergessen zu tanken. Oh Gott. Oh, shit. Straßenwacht. Ja, Straßenwacht. Danke, Bro. Okay. Jim, lass mich wieder fahren. Abgedreht. Okay. Gib Gummi. Erster Gang. Mit Uber. V12. Triple Turbo. Komm. Strafzettel. 1800. Mein Gott sei denn. Oh. Baustelle. Bitte fahren Sie langsam in der Baustelle. Got it. Erster. Und jetzt nur noch halten. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Vier Spur. Und die Autos fahren halb durch die... Oh Gott, durch die Wand. Oh, shit. Oh, shit. Was für ein Realismus. Was für ein grandioses Spiel. Was für ein atemberaubendes Action-Erlebnis. Ein Wasting-Simulator der kompletten neuen Generation. Shit. Schaffst du noch? Du kommst da durchs Ziel. Oh my shit. Ich muss schon wieder tanken. Oh, shit. Wenn ich jetzt nochmal tanken muss, habe ich schwacker. Da. Und Handbremse. Oh, shit. Das Spiel ist kaputt. Okay, showroom. Allein, allein die Einstellungsmöglichkeiten hier in diesem faszinierenden Spiel. Toneffekte, Musik, eine Auflösung, 12K, shit. Neuer Spieler, Rangliste. Okay, Online-Rangliste. Das Spiel ist noch zu neu. Hat doch keiner gespielt. Berlin, 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 Hamburg, 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 Köln, 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 München, 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 Berlin. Heißer Scheiß, Mann. Oh shit. Okay. Wir fahren. Ich glaube, unsere Hand namens erst. Kampon. Okay. Okay. Oh. Oh, boss, boss. No. Oh! Tchuuu! Ouuu! Tchuuu! Wir sind hier! Ich... Ich bin hier... Die Leute, wir sind hier! Wir machen die Karte! Und der ist abgebogen. Der fährt auf dem Bürgerschein. Darfst du gar nicht! Oh shit. Oh mein Gott. Polizei! Polizei! Oh mein Geisterfahrt! Oh du fähig! Geiler Shit! Das Spiel ist so unglaublich spannend. Ein qualitatives Meisterwerk von Koch Media muss erwähnt werden. ist die polizei immer noch hinter uns her ich glaube nicht mehr alle abgehangen mit meinem opol können wir nicht mehr die polizei kriegen ok meine tanken alle schon wieder ab ok wir versuchen noch mal zu tanken bremskraft verstärker fahr rückwärts shit tanken du musst tanken das tanken kann nicht shit also wenn euch das spiel interessiert oh mein gott das ist geil ich kann gar nicht aufhören kauft es euch unbedingt es kommt bald erst 2023 raus aber kauft es euch das beste spiel des jahres irgendwann mal oh mein gott wichtig ihr braucht mindestens der gtx 2350 auf scheiß zu labern ok und bis dahin schalte wieder ein bis demnächst ciao mit v